Hallo liebe Leute! Ich packe jetzt die ersten Käppi-Bestellungen ein und dachte ihr könnt mir damit ein bisschen über die Schulter gucken. Dann nehme ich jetzt hier eine Graue und so eine Box. Sag mal Hallo! Hi! Und sag mal Hallo! Hi! So, so, so. Und zwar baue ich jetzt hier mal so eine Box zusammen. Da habe ich vorhin, dachte ich, hätte ich schon eine kaputt gemacht, aber das gehört auch. Richtig hochwertige Kartons. Einmal Schoko. Weihnachtsfaribo. Und dann schreibe ich noch eine Weihnachtskarte. Geht nämlich jetzt an den lieben Schiesma. 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 Das war unsere erste Bestellung. Gleich ganz freisig. Dankeschön. Der wünscht sich eine in Grau. Ob noch eine da ist. Und da er die erste hat, ja natürlich. Aber ich sollte auch noch betonen, wir haben ja nicht so viele Graue. Wie viele Graue haben wir noch mal nur, Thomas? Zehn. Nur zehn Graue. So, hier sehen die Karten aus. Die habe ich selbst gemalt. Pack rein. So. So. Und dann, pass auf, machen wir das so zu. Und wenn wir das jetzt wegwerfen, geht das automatisch zu Post. Was muss ich denn tun, um so eine Mütze zu bekommen? Oh, Thomas, du möchtest gerne wissen, wie man so eine Mütze bekommt? Ja. Da schickst du eine E-Mail an bestellung at supergames.tv. Ja. Sagst, welche Farbe du willst. Es gibt nur noch, glaube ich, zwei Graue. Oh, nur noch zwei Graue. Der Rest ist dann schwarz. Und insgesamt haben wir ja auch nur 50. Das müsst ihr auch bedenken. Und die kostet 28,90. Ja. 28,90. Die kriegen alle Infos zugeschickt. Die kriegt ihr, dann kriegt ihr alle Infos zugeschickt, wie das läuft. Dann kommt Jochen vorbei mit dem Geldbeutel. Und dann trefft ihr euch an der dunklen Ecke Lento in Hamburg. So. Erstes Paket ist fertig. Tschüss ihr Lieben. Ich sag nochmal Tschüss alle. Tschüss alle. Ciao, ciao.